Willkommen bei MetabolismoTV, deiner Infoquelle zu Stoffwechsel und Gesundheit. Die Wahrheit siegt immer. Ich bin Frank Suarez, Spezialist für Fettleibigkeit und Stoffwechsel. Heute möchte ich mit dir sprechen, um dich auf ein großes Ereignis vorzubereiten, das eine Überraschung ist. Ich will erklären, warum ich die Wahrheit siegt immer sage. Seit mehr als 18 Jahren begleite ich Menschen mit Übergewicht, Fettleibigkeit, Diabetes, Bluthochdruck, hohem Cholesterin, Depressionen, Energiemangel, Schlaflosigkeit, Impotenz und hoher Sterilisation. Viele haben abgenommen und sind wieder in alte Muster zurückgefallen. Als letzten Ausweg suchen Sie unsere Hilfe, nachdem Sie bereits alles versucht haben. Fettabsaugungen, HCG-Tropfen, von anderen verkaufte Wundershakes, Wunderpillen und Kokosöl, die nur kurzfristige Erfolge brachten, bevor das Gewicht erneut anstieg. Also widme ich mich der Herstellung wertvoller Endprodukte, etwas, das wirklich Bestand hat. Kurzfristige Ergebnisse interessieren mich nicht und haben mich tatsächlich nie interessiert. Ich bin ein ehemaliger Dicker, Frank Suarez auch, ich war dick, fettleibig, hatte hohen Blutdruck, hohe Triglyceride, Cholesterin, Prädiabetes, Fettleber und habe all das besiegt, um meine Energie, meinen Stoffwechsel wieder zu gewinnen und nie wieder zuzunehmen. Das fördere ich, ich versuche dauerhafte Ergebnisse zu erzielen. Ich möchte dir einige Ergebnisse zeigen, die wir haben, damit du den Vorteil hast zu wissen, was funktioniert, was wahr ist und es von Lügen unterscheiden kannst. Schau, hier wirst du gleich ein Foto sehen. Das ist tatsächlich ein Foto einer Abschlussgruppe des Natural Slim Systems. Es ist ein aktuelles Foto, so vom letzten Monat. Jeden Monat in den Natural Slim Zentren von Puerto Rico, Mexiko, Costa Rica und Panama feiern wir Abschlüsse. Wenn eine Person mit dem Natural Slim System beginnt, ist das erste, was wir tun, dass wir mit der Person herausfinden, was ihr Ziel ist. Sind wir alle unterschiedlich, gibt es Menschen, die ein Ziel haben abzunehmen, dieses Ziel wird immer in Größen gemessen. Wir arbeiten nicht mit Gewicht. Warum? Weil Gewicht trügt. Du kannst schwer sein, weil du viel Muskel hast, nicht weil du dick bist. Schwer sein bedeutet nicht unbedingt dick zu sein. Also suchen wir, dass die Person abnimmt. Abnehmen bedeutet, dass sie Fett reduziert hat. Daher arbeiten wir mehr, indem wir die Kleidergrößen, die Teilenmaße, die Brustmaße, die Kesselmaße betrachten, als die Hüfte, die wir die ganze Zeit messen, Woche für Woche, um sicherzustellen, dass das, was vom Körper geht, das Fett ist. Fett ist eine ziemlich leichte Substanz. Dies ist Fett, dies ist Butter, dies ist Schweineschmalz. Wenn sie es ins Wasser werfen, dann schwimmt es, weil das Fett an sich sehr leicht ist. Das Problem mit Fett ist, dass es viel Platz einnimmt. Deshalb entstehen Fettpolster und kleine Speckröllchen, wie wir sie hier gemacht haben. Der Bauch kommt heraus, wenn man rausgeht, weil es einen Überschuss gibt. Im Naturalslim-System nutzen wir die Kraft des Stoffwechsels. Das Buch Diabetes ohne Probleme zielt darauf, den Stoffwechsel zu verbessern, sodass durch besseren Stoffwechsel mehr Energie zum Fettverbrennen da ist. Mehr verbranntes Fett bedeutet, Menschen bleiben schlank und gesund. Also diese Leute, die du siehst, haben ihr Ziel erreicht. Sie sind unterschiedlich und kamen aus verschiedenen Gründen zu NATO von Slim. Zum Beispiel kam diese Dame, weil sie Diabetikerin ist. Was war ihr Ziel? Abnehmen und weniger Insulin nutzen. Mehr als Gewichtsverlust wollte sie von Insulin wegkommen. Diese Dame benutzte täglich viel Insulin, was Nebenwirkungen und tägliche Injektionen mit sich brachte. Das Metformin, das sie nahm, verursachte Übelkeit und andere Nebenwirkungen. Ihr Ziel war es, keine Medikamente zu benötigen. Sie machte ihren Abschluss, als ihr Arzt sagte, sie braucht kein Insulin. Metformin mehr, auch ihr Blutdruckmedikament nicht, da ihr Blutdruck natürlich sank. So erreichte sie ihr Ziel und machte ihren Abschluss. Es gibt Personen, die abnehmen wollen, damit Kleidung passt, um für ihren Ehemann gut auszusehen oder aus anderen Gründen. Jede Person beendet das Natural Slim System, wenn sie ihr Ziel erreicht, was persönlich ist. Also arbeiten wir bei allen Natural Slim auf der ganzen Welt, in allen Ländern, in denen wir aktiv tätig sind, einschließlich Mexiko, Panama, Costa Rica und den USA. In Puerto Rico arbeiten wir darauf, dass die Person ihr Ziel erreicht, welches auch unseres ist. Jetzt gibt es ein weiteres Ziel, das wir haben, unseres, das nicht der Person gehört und das möchte ich erklären. Jede Person, die mit dem Natural Slim System abschließt, muss für uns einen Gesundheitsstandard erfüllen. Nicht nur wollen wir außen einen schönen Körper haben, denn es ist gut, einen ästhetischen Körper mit Energie zu haben. Das ist sehr gut, aber man muss auch die Gesundheit haben. Gesundheit ist wichtiger als Schönheit, denn ohne sie ist Schönheit ohne Wert. Damit sich eine Person absolvieren kann, muss sie uns Labore bringen. Offizielle Labore, die das erfüllen, was wir den Standard von optimaler Gesundheit Natural Slim nennen. Was ist optimale Gesundheit Natural Slim? Jede Person musste uns vor ihrem Abschluss ein vom Arzt autorisiertes Zertifikat vorlegen, Das besagt, dass sie Triglyceride von 100 Milliliter pro Deziliter oder weniger hatten. Triglyceride sind ein Maß dafür, wie viel Fett in ihrem Blut schwimmt. Das sind die Triglyceride, es ist Fett. Wenn der Arzt sagt, sie haben hohe Triglyceride, meint er, viel Fett schwimmt in ihrem Blut. Wissenschaftlich ist nichts gefährlicher als hohe Triglyceride. Also bei Triglyceriden über 100 besteht Gefahr. Da es direkte Zusammenhänge gibt zwischen Herzinfarkten und hohen Triglyceriden, Krebs und hohen Triglyceriden, Nierenverlust und hohen Triglyceriden. Das heißt, um katastrophale Probleme zu vermeiden, müssen sie Triglyceride auf unter 100 reduzieren. Niemand verast Natural Slim ohne Triglyceridwert unter 100. Wir haben Absolventen mit 70, 80, 65. Nun muss eine Person sicherstellen, dass ihr gutes Cholesterin, HDL genannt, High Density Lipoprotein, Lipoprotein hoher Dichte, das schlechte Cholesterin aus dem Körper entfernt, bei 40 oder mehr liegt. Die Medizin akzeptiert dort 30, nicht wahr? Wir wissen, dass wenn das gute Cholesterin, die Wissenschaft zeigt, dass das gute Cholesterin, das HDL, 40 oder mehr sein muss, damit sie keinen Krebs bekommen, damit sie nicht dement werden, damit sie kein Alzheimer bekommen, für diese Art von Dingen. Wenn Sie die wissenschaftlichen Studien suchen, ist der Beweis klar, 40 oder mehr, Sie werden keine Lebensprobleme haben, also muss es 40 oder mehr sein. Und der letzte Test, den Natural Slim von allen, Diabetiker wie Nicht-Diabetiker, fordert, ist ein Laborbericht, der den Glucosedurchschnitt zeigt. Dieser, als glückierte Glucose bekannt, offenbart die Glucosespiegel der letzten drei Monate. Dies ist der entscheidende, wichtigste Test, denn er zeigt, ob der Körper sich zerstört oder nicht. Es ist essentiell, den Zustand genau zu verstehen. Grundsätzlich muss es 6,0 oder weniger sein. Ärzte akzeptieren 7,0, da dies das Maximum ist, das sie mit Medikamenten erreichen können. Wir wissen jedoch, unsere Leute graduierten mit 5,4 oder 5,8. Wenn ihre Triglyceride über 60 sind, besteht Gefahr. Das ist der Standard. Absolventen, die Diabetiker sind und diesen Standard erfüllen, erhalten den Status eines zertifizierten, kontrollierten Diabetikers mit einem wertvollen PIN und einem Zertifikat. Für Diabetiker ist Gewichtsverlust deutlich schwieriger als für Nicht-Diabetiker. Also, wenn die Person es schafft, mit diesem Gesundheitsstandard zu graduieren, zur Abschlussfeier kommt und Diabetiker ist, bekommt sie einen extra PIN für kontrollierten Diabetes. Ich werde das letzte erklären. Ich gehe schnell zur Tafel, schaut her. Ah, ich möchte Ihnen sagen, dass morgen, morgen das Ereignis ist, die 1000. Jubiläumsfolge von Metabolismus TV Sperkal. Verpassen Sie es nicht, verpassen Sie es nicht. Jorge und ich feiern, dass wir bei Folge 1000 sind und machen diese live auf YouTube. Sie können teilnehmen, sich dem Kanal von Metabolismo TV anschließen und Fragen stellen, die wir live beantworten. Wir werden von den Einrichtungen Darila und den USA aus sein. Von Naturalslim übertragen wir die Veranstaltung, die Schilddrüse und den Stoffwechsel schädigt und repariert für Sie. Verpassen Sie es nicht. Um unser Gespräch über den angestrebten Gesundheitsstandard abzuschließen, schaut her. Wenn Sie Wissen haben, werden Sie keine Fehler machen. Sie können keine Fehler machen. Wenn Sie Wissen haben, denken Sie einen Moment über jeden Fehler nach, den Sie gemacht haben. Würden Sie es getan haben, wenn Sie gewusst hätten, dass das passieren würde? Natürlich nicht. Würden Sie heiraten, wenn Sie wüssten, dass diese Person oder jemand Ihnen untreu sein wird? Natürlich nicht. Wenn Sie wissen, dass jemand unmoralisch ist, jemand, der seine Verpflichtungen nicht erfüllt, würden Sie ihn dann als Geschäftspartner nehmen? Natürlich nicht. Wenn der Ofen brennt, stecken Sie Ihre Hand hinein? Nein. Das zeigt, Fehler passieren durch Unwissenheit. Daher, wenn Sie authentisches Wissen über etwas haben, ist es einfach das einzige Mal, dass Sie Ergebnisse haben können. Wenn Sie gute Ergebnisse erzielen, ist das auf Ihr Wissen zurückzuführen. Deshalb treiben wir bei Natural Slims die Kraft des Diabetes-Metabolismus ohne Probleme voran. Wenn Sie Wissen haben, tun Sie das Richtige, tun Sie das Richtige, haben Sie die Ergebnisse, erzielen Sie die Ergebnisse, dann erhalten Sie die Wahrheit und deshalb sagen wir, dass die Wahrheit immer siegt. Ich werde das Richtige, wo Sie nachdenken können.